Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Session Trouble in Terrorist Town bei Louis, Judy, Kuhn und Mario, Maxi, Nils, Pain & Items. Der Kapuzenwurm kommt später auch noch dazu. Ich habe ihn gerade in den Spectator geforced, damit er uns hier nicht nerven kann. Neuron & TNT Heroes, ein bisschen mixt, also Survivalist ist an, der Marker ist an, so ein bisschen, ein paar Sachen sind mit drin. Aber was macht der Survivalist? Der Survivalist ist ein Inno mit Schock. Man kennt ihn. Der erlaubt ihr als Traitor zu tun, als dass du den Survivor. Man kennt ihn, Baloui sagt nein. Weil Baloui kein Mann ist. Weil Baloui alles vergisst, weil der 80 ist. Ach, so jung, Ersten. Lass dir doch nix einreden, ey. Ja, Baloui. Ja, 80, aber Anfang. Ich bin 88. 80. 88. Komm mal, Juni, ich hab den Light hier gefunden. Ist aber lieb. Sie ist keiner von uns. Oh, der ist durchs Auto gefahren. Nein, nein, Nils, nein, nein. Du bist jetzt gelb. Bist das dann Survivalist oder was? Ist du gerade echt unsichtbar geworden? Oder hast du Origin eingesetzt? Aber wer ist gelb? Nee, ich bin weg. Ey, Juli. Du Monster. Juli hat den Baby geschockt. Ich bin im Scoreboard gelb, weil wir Heroes spielen. Was? Alter. Moment, Moment. Ich habe Juli getötet, die gerade offensichtlich Böses getan hat. Und der hat nen Lemon Law. Waloui hat mich geschneeballt. Oh, das ist aber nett von unten. Kunal, gib mir was Lustiges. Oh, noch Zeit. Was soll das denn jetzt? Gott, Sandra, gib mir was. Was soll das? Fuck, hier, ihr dürft noch jemanden wiederbeleben. Da vorne. Nee, dürft ihr nicht. Pain hat nen Trailer-Item aufgehoben. Nils. Das ist halt nicht bad. Oh, so. Leider nicht. Sorry, ich habe den falschen erschossen und dann den richtigen Maxi. Ja, ich habe gesehen, dass du den Nils erschossen hast. Oh, Nils. Oh, Nils. Oh, Nils. Oh Mann. Wer bleibt das Ding denn da? Sind die alle tot. Die hat nix. Hallo, ich bin ne feine Katze. Ich habe eine feine Katze. Bei dir böse. Alter, wie lange das Ding da bleibt. Ist ja ein Klau. Hey. Hey, 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 hey. Beruht dich. Beruht dich. Bei schlechtesten Zombies wieder weg. Ich glaube, wir können nicht durchs Geländer schießen. Ach so. Er macht ja einen zutroffen. Wie schade. Ja, als er übers Geländer geguckt hat. Okay. Aber nicht als er hinterstanden. Von unten hat es wahrscheinlich nicht durch. Maxi, Mac, Zombie. Nein. Ich hatte drei Leichen, dachte ich. Nehm ich. Meine Leichen. Oh, jetzt habe ich die Leiche auch entdeckt, Maru. Yeah. Sehr schön. Ähm, als Necromancer blickte die Matratze in der Hütte als Leiche angezeigt. Das ist sehr lustig. Dann belebt ihr auch mal wieder. Steht die da? Ich hatte so einen Ladarpunkt. Ich bin so, hä, was? Okay, lass mich jetzt. Ich bin ein bisschen rum. Was hast du vor? Ja, lass mich mal schauen, ob ich dir echt wieder beleben kann. Moment. Wieso? Oh nein. Kapuze ist wieder back in town, merke ich gerade. Oh nein. Zapp gedrückt. Ja, aber Kapuze ist doch am... Du hast doch einen Trait. Was hattest du in der Hand? Da habe ich Kapuze. Jetzt ungelogen. Ja. Ja, okay. Dann gib mir wenigstens was ab. Ja, Sekunde. Ich will kurz sein. Ja, was cooles. Ja, gut. Ach so. Du hast kein Trait. Okay, du... Was ein Zufall soll das denn sein? So. Warte. Hä? Was ist, wenn man drüben gefangen ist? Hat er jetzt? Ja? Kannst ja rüberklettern irgendwo. Ja, shit. Warum bist du zwischen? Voll alleine. Du weißt aber nie, wenn einer ein Trait item rumrennt oder der Survivalist ist. Nee. Ach du bist Survivalist. Sonst hättest du den Scheiß nicht gekauft. Oh Gott. Oh, schütte ich mal hier runter. Nicht runterfallen von dran. Nichts interessiert. Jetzt kommst du auch an Amaru-san. Ihr könnt halt hinten, glaub ich, raus. Hä? Juli, folge mir. Folge mir, Jobe. Du kannst hier über den Zug raus. Baloui, Baloui, trau dich. Nackenjump halt. Baloui, bleib unten. Oh. 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 Ich hab's halt einmal nicht damit. Dankeschön. Wo sind die Steine? Da. Hallo Maxi. Nein. Wo ist es denn? Baloui, Vorsicht bitte. Auto. Okay, ich hab hier die ganze Zeit hingehört. Ja, Auto. Warte, warte, warte. Es war einer. Es war... Nenn mich nicht da. Nenn mich da. Wir haben jetzt liften. Ach du Scheiße, wo ist es? Aber ich krieg das halt runter, oder? Ja. Jawohl, Baloui. Oh, der Halt. Oh Gott. Mach nochmal. Ne? Mach nochmal, Baloui. Du darfst, glaub ich, den Stein dabei nicht mehr nerfen, dann kannst du mehr... Das ist einfach das Ausbruch. Den hab ich ja nicht extra weggeworfen, ne? Da machst du genug Chaos mit. Was passiert denn, Juli? Loll! Ähm. Von oben, oder? Einer hat oben drauf gesch... Nein, das ist aber das explosive Fass, was da stand. Ja. Ich hab aber gerade nicht geschossen. War fein. Immer fein. Das ist auch noch ein Fass. Hallo, Payne. Hallo. Hier wird da... Hallo. 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 Kapute. Die Arme reichen. Was war das denn? Du hast ein Baby auf mich geflogen. Hallo ist es. Komm wieder, Maru. Hoffentlich. Payne, das hat weh. Hast du gerade explodiert? Bei Louis inkludiert. Ja, bei Louis inkludiert. Da wurde noch gesnipert. Hat, ähm, Items hier gerade etwa gesnipert. Ich schnappe hier die ganze Zeit rum, ja? Wer ist es nun? Warum? Ich war ganz so anders. Äh, auf Payne hab ich gerade geschossen in der ganze Zeit. Hast du auf Payne geschossen? Weil Payne da rumgeballert hat auf Richtung Maru, der Dieter ist. Da rumgeballert hat. Alle sind ja fast tot. Also wir sind ja runtergerichtet, da hat Payne und mir ein Baby geschossen. Von Dalu vermutlich. Ja, das kam von Dalu. Das hab ich gesehen. Äh, wer hatte mit, ah, Kuntran hatte mit auf Dalu. Und dann ist bei Louis inkludiert und er hat mir 99 Schaden gemacht. Kann jemand bezeugen, dass Items auf Dalu geschossen hat? Nein. Ich hab nicht auf Dalu geschossen, ich hab in der Zeit auf dich geschossen. Maxi lebst du noch? Ich weiß wie mich so aussah, als hätte ich auf Dalu geschossen. Ich glaub hinter dir her. Kuntran nicht erschrecken, ich lauf hinter dir her. Leute nicht erschrecken, ich glaub woanders. Wir sind gleich beide tot, weil jetzt uns beide mit einem Schuss macht. Der Wahnsinn. Nein, ich bin bei dir, weil du weißt, dass du gerade mit auf Dalu geschossen hast. Was aber auch lieb. Das stimmt, was auch mit auf Dalu. Hallo. 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 Du bist hier. Aber Items hätte doch mit irgendwie geschossen auf Dalu. Ich hab auf dich geschossen. Nein. Ich meine, wenn du T gewesen wärst, dann hättest du irgendwie Dalu unterstützt. Ihr wärst kaputzer. Naja, eigentlich hab ich den ja auch unterstützt, wenn ich auf dich schieße. Zipse mich. Mein ich, oder? Da vorne ist übrigens einer tot auf dem Berg. Mal aber lange laufen, bis wir da hinkommen. Das stimmt, Maxi. Irgendwie ist es ruhig hier. Was, Maxi? Du sollst tot sein, ja. Ja, ich glaube schon. Aber ich geh mal nachgucken, ob er es ist. Bane. Ich hab ja gesagt, hey, und danach kam vorbeim nicht mehr. Hier, Leute, sind für mich unsichtbar? Mal ohne Shit jetzt? Ach, Maxi. Da vorne ist nicht mehr. Jetzt seh ich euch. Das ist keine normale Smoke. Hi, Julie. Hallöchen. Wie geht's dich? Super. Bist du eine von den Bösen, holst du mich in dein Team? Ich bin leider von... Leute, was ist das denn? Hast du die Höhle gefunden? Nein, da ist was cooles drin. Geh nicht rein, du kommst nie wieder lebend raus. Gehe ich recht. Eine gute Möglichkeit. Au. Stopp mal Intems aus der Höhle. Und jetzt. Und jetzt in der Höhle? Also, jetzt bin ich mittlerweile super verwirrt. Warum passt ihr? Der ist ja im Leben. Boah, endlich. Adams, was hast du dir überlegt, 20 Minuten da oben rumzustellen? Ich bin gerade völlig verwirrt. Warum mach ich denen keinen Schaden? Du standest 20 Minuten oben auf dem Silo rum, wo keiner da war. Hallo. Ich hatte die ganze Zeit... Hallo. Hallo. Wie connected? Das hab ich connected. Ja, aber wie, wie, wie... Gar nicht. Du bist... Nee, nee, nee. Aber ich war Aspectator. Nein, warst du nicht. Wir haben dich gekillt am Anfang der Runde. Okay, okay. Nein, hat mich übrigens getötet. Das war sehr erschreckend mit den Fässern. Mit den endlosigen Fässern. Das war richtig lustig, Alter. Wir haben mich zu Tode erschreckt. Wir haben mich zu Tode erschreckt. Mit der hat um die Ecke pappt. Dann hab ich auf das Fass geschossen, Alter. Boah, ich war echt in den Herzen fangen. Das wollen wir aber nicht, wenn du schon so über 80 bist, ne? Der ist ein Fässer mal hier. Halt. Wollte er sagen, Juli. Hat er nicht das gesagt, er ist 88? Ja, hat er auch. Ja, aber das ist ja kein Ruhig zu bleiben, ne? Halt. 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 Gern Covid ab. Habs überlebt. Pain ist tot. Werriblybädigt ist erst ein Zombie. Da war doch ne Hapule! Erzähl uns was Neue. Es war der Flut des P año 14 und 20 September. receives pain GF Ain'T制 so viel helps. Ja gut, am 20 September ist pain eh. Gegen jeden Fässern hier nicht mehr, keine W Gramm Cesk. Das war das Wäldnis mit der Speed Limmons deckt und jetzt bin ich immer die ganze Zeit so schnell, das werden wir nicht aktiviert. Hihi hihi, das war der Plan. wo ist denn sowieso gab es eigentlich noch kein chaos ich vermisse das voll herausgebracht wurde es gebannt weil die keiner nimmt der schaden von chaos hier ist zu gering für ein wildes kaputzen ein dauter oder mcfly 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 nein doch ich glaube um die eurozeit du bist tot inoffiziell ich beobachte euch mit anfassen spielt nein ich bin hier vorne ist auf der ganze zeit lang ich habe den land ah ja okay das war auf jeden fall in der hand wo ist da wo ist bei louis hin wo ist bei louis hin weggezaubert hey bei louis wie geht es dir er wurde wiederbelebt er facehackt seine leiche okay ich glaube bei louis töten und bei louis ist auch kein rumgehoppelt bei paulie vendetta war ja julie was ist julian items du hast nicht auf items geschossen er hat genau vor den mord begangen ja das passiert bei mir im übrigen auch immer dass man einfach keinen schaden ich war lange für bei louis und nicht damit wo die falle 20 ich habe es gewusst ja stimmt 90 ist mittlerweile du hast mich nicht beschützt jetzt wird ja auch aber man hat sich zugelassen man hat dich aus meinem leben gerissen ja das ist kein sinn das ist gefährlich ich schieß drauf okay dann warte noch ein paar sekunden hey was du lasst den kiefs da los valoui oh mein gott valoui oh mein gott oh mein gott ja valoui warum bist du nicht gestorben da los äh ich detecte er ist ein magier ja ich auch weil er keinen schaden nimmt von explosiv aber valoui warum denn er wollte nicht mehr einfach valoui ist selbst fakes von rage da sind early nils und items kommt einer von den drei werden wir sehen ob du fallen müssen weil du abgemurkst wirst wir haben Pain aus der kuppe rausgelassen da hinten wo die werke da habe ich kein problem mit ja klar aber der vendetta da hinten abgemurkst hat jemand äh items hat items items hab ihn items äh also ein bit was legal kappt und kunran und ehrlich wow was ist denn da los hä what is happening da liegen nur tote moment ja mach oder Pain kaput er hat gerade einen traitor getötet ja und was mit maxi ja ich bin safe auf mich ist der maxi auf mich wurde gerade auf mich wurde geschossen die wurden nicht mal reingeschossen blöd aber auf mich hat er geschossen der hat er getroffen 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 ja das ging bei euch in den aber wer oh man ich habe simpon smug gemacht aber habe dann reingeschossen damit maxi denkt er vielleicht kann aggro gehen Mann Dalu das war wieder gemein ja Moment mal du hast dich selbst wir sind so viele warum sind so viele die gestorben alle hatten ein messer in der rauch ja in der rauch erst wird ich abgestochen dann hat Nils einen abgestochen dann wurde ich abgestochen dann kam da wurden einige da hat das rote Pferd hinterher nichts exklusives das hätte ich eine umgebracht die Stel die Stelzaparty war das die Stelzaparty war das ja da haben sie aber in der Luftjahr der hat das rot er hat lange keine Rentomaten mehr was ihr was wer ist der der mag ich gar nicht der hatte die Teamster der hat keine Waffen getroffen aber da oben da oben du hast die Pferd da oben da oben oh mein Gott wir sind so viele das weiß man kann heute mal die großen Maps spielen boop Airbus ich will mal ich glaube Airbus geht gar nicht weil wir zu wenig Sports fahren den knolle ich auf den hopp hopp äh genau ich werde dich schon finden nach Geruch mein Kristall wurde zerstört das Kapuzes Team so ja nochmal so das Kapuf Airbus kam ausm Kapuf upilu Kapuf ja aber ich hab hier drin nur das Radio mal tritt aber hier sind relativ viele hier hinten in der Ecke es muss nämlich einer vorne sein Ballungen mit dem Boden macht ihn mal alleine da das ist aber keine Sight King Deagle du Dovi ne das ist leider wach und da was war das ich hab auch nichts lieziges heute da kommt der Trailer wer der links auf der anderen Seite der Gartenzwerg ist der Trailer dann weg damit dann weg damit kapuzig ist dein Verkunden dran du wurdest grad gecallt kapuzig konnte seine Waffe trocken ja ich konnte grad wirklich mit Waffen haben schütteln oh lol kann das sein weil ich ich bin Cloak weil du Trailer dir was drin achso weil du weil du quasi nachdem du deine Waffen weg hast dann wusste ich doch was kann das sein ja ich bin Cloak lol das ist ja cool ok kapuzig erschießen der Barghaus ne dann nehm ich mal oh da drin ich verlang dass du deine Ursprung Waffen wieder aufnimmst dann erschieß ich dich wo bin ich denn im roten Haus achso wieso kann man denn seine Waffe weglegen ich dachte weil er heißt wenn du eine Klasse hast die Invertar wechselt oh nein oh nein ich hab's tut weh war Louis ich hab's einfach nicht so mit weißt du Items ist wahrscheinlich wieder Tee weil er wieder auf dem Digi oh nein wer ist bei Louis wer ist bei Louis wer ist bei Louis wer ist bei Louis ey ich komm grad auf mein Leben nicht klar das war Chaos nennt man das auch das ist draußen auch noch ran nein radblock fahrer blocke ich schick euch den Wagen runter weg ich will den Wagen runter weg nein Katze ich fang ihn hier da ist der Wagen da ist der Wagen oh Gott habt ihr den Wagen geschickt early Achtung da kommt ein Fassel ne hau ab damit Alter hier werden noch mehr Props geworben Aua Aua können wir jetzt Kun dran töten da hab ich gern geheilt warum mein Koglen hast du nicht erst Nebula ich hab leider kein Nebula nicht das wird so wohl hast du nen Gengar das fehlt mir vielleicht im Kovo Kun hat er doch gerade hat er zugegeben das er ist jetzt zu roten Öde hast du nicht grad zugegeben ist das Bild ja early 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 ich hab early gemacht ich glaube early ist Tee und ich glaube early auch er hat nen Babylauncher gedroppt den er in der Hand hat ja aber das kannst du ja nicht wissen er hat ihn in der Hand ja der andere nicht das andere das ist eine Fakeleiche nein den anderen Babylauncher weil ich den siehst du nicht da oben ist jemand gestochen ja die Pistole da liegt die Leiche da liegt die Leiche da liegt die Leiche da liegt die Leiche hier ist noch einer tot Maru ja ich bin doch eh ja ich weiß die explosive Leiche nein nicht die also nicht die explosive Leiche sondern die am Klo schnell mach hast du am Klo mit was wurde sie getötet das ist doch easy herauszufinden das ist doch easy herauszufinden ja aber das hier Payne ich hab die USB Talo und Konrad ich hab die USB zeig deinen aber ich liebe es Baby Baby vom roten Scheck beim roten Haus ist böse das ist die Glock das ist sie nicht zeig mal deine Pistole aber das ist Talo und Konrad warte warte Talo und Konrad haben eine explosive Oh nein das ist von early achso Nils ich weiß nicht ich dachte du meinst die Fake Leiche Fake Leiche nein nein Nils Nils äh Kapuze ist es nicht bei Louis ist es schon mal nicht aber das ist doch kein hey ich kann doch einfach die Waffe weg gebrauchen mit ner Schockchen hinterher Maxi ich kann die Waffe nicht weg achso ja das stimmt aber ich bin Cloak ja deine Pistole sein nein 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 Maxi Mann Maxi okay äh Maxi Dalu 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 auch danke schön danke Dalu was hast du zu deiner verteidigen zu sagen Cut Balu hier reingefallen komm lass es sei fair du hängst eh am Baum fest renn weg und stich einen ab okay also Dalu cut auch oder wie ne stich Kapuze ab bitte dann ist mein Target das ist nicht freche Kerl Cut Cut hat mich ja geschossen aber gut das ist auch nicht scheinen Waffelkappen äh wer ist denn der andere idams ne idams ist idams ist idams ist schon Vendetta idams su 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 jawohl ich kann die Papa Louis erwischt was war denn das das war die Fake-Leiche die haben die Haftgelegt von Oli Boy das war glaube ich meine Fake-Leiche das war glaube ich meine Fake-Leiche dann spawne ich sie dann endlich danke Early danke du bist da mit einem Raketen rumgelaufen bin ich überhaupt nicht ich hab einen ich hab kein Raketen ich hab auch Crova in der Hand gehabt achso ich hatte eigentlich ihn gesehen wie er den Fake-Leiche genaucht hat große Kunststück vom großen Hunde ich kenn das große Krabbel das große Kunststück vom das hab ich gerne mal gesehen auf der PSG Alter was ist das geh jetzt weg du ich zeig das jetzt da 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 und ich oh Scheiße wer nimmt denn das immer wer nimmt denn das immer wer nimmt denn das immer Alter jetzt hat jemand Chaos das ist der Fick warte mal ich bin survivalist und ich kaufe ich kaufe den random-tester ich kaufe den random-tester und Kapus ist Traitor oh 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 nein was ist das für eine coole Musik ich höre nicht ich höre nicht also Kapuze ist leider kann man nicht nachvollziehen ob das ja das wissen wir aber nicht naja aber ich weiß guck mal man 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 egal was dabei rauskommt bei dem random-tester hilft uns halt nicht ah genau oh god ah ja natürlich das war das einzige was ich drüben konnte Fake-Tester weil alles andere den D-Tater noch testen können ja das andere weiß Kapuze ja so dahinten bist du Dalo Dalo was hast du in der Hand siehste gleich holy warte noch kurz ich hole die Flut schon oh kann ich das Sägeblatt nicht tragen ne ist zu schwer oh man will ich den Zaubertrick zeigen Maxi ganz schnell Maxi was hat dafür ein Messer in der Hand hat mein Kristall wurde zerstört an der roten Hütte kann ich schon in der roten Hütte alter das ist echt gefährlich was ihr macht da ist einer tot bis einer weint warum spielt ihr immer mit dem Auto Hartfragsteuer das ist keiner in der roten Hütte es werden nur Leute sterben ich kann ja auch wieder wo einer der grad hier vorne war wecken wuuu und das die fliegenden Autos die in der Zukunft kommen sollen ja hab geblockt Puff was machen die denn da jetzt spielt ihr irgendwie Autoball ah ne Ballauto oder so ja ein Schrader ist Items übrigens ja der andere steht übrigens early au also nein ich hab mir nicht weh getan aber einfach mal au wenn ich ja heilige heilige das war knapp das war eine Balleluja hab ich gehört Maxi's Peter 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 jemand julie auch was ist denn hier los gerade habe ich gefühlt glaube ich was war das denn geisterbeschwörer ist das böse obwohl jetzt bin ich bin alleine mit dem letzten wo wer ist denn hier der letzte du liebst du es ich glaube dir nicht das sind alle schon weg oder was ich kann mir wieder vorstellen dass pain und faith hatte ich völlig verwirrt auf mir ist geguckt dass der auf Reddit war, wenn euch das so ein bisschen gefallen hat, ein Like da lasst nicht vergessen, schau mal in den Verweis, sag mal was gut, tschau! Tschüss!